DAWL i3 ist jetzt direkt in ChatGPT verfügbar und in diesem Video zeige ich dir, wie du das Ganze in ChatGPT am besten anwenden kannst und was alles möglich ist. Viel Spaß! Ich habe Zugriff auf DAWL i3 in ChatGPT bekommen und so sieht das Ganze bei mir aus. Wenn ich hier auf GPT4 gehe, erscheint hier mit DAWL i3 eine neue Option und wenn man das aktiviert, kann man direkt hier im Chat Bilder mit ChatGPT erstellen. Bevor ich euch zeige, wie man hier die besten Bilder in ChatGPT erstellt, zeige ich euch erstmal, wie ich Zugriff auf DAWL i3 bekommen habe. Um Zugriff auf DAWL i3 zu erhalten, brauchst du erstmal natürlich die Premium-Version von ChatGPT und dann musst du ein Early Access-Formular ausfüllen. Ich verlinke dir das in der Beschreibung und dann bekommst du nach kurzer Zeit schon Zugriff auf DAWL i3. Bei mir hat das nur ein paar Stunden gedauert und schon war es hier in ChatGPT verfügbar. Wie gesagt, muss man dann hier DAWL i3 auswählen und jetzt kann man mit einem einfachen Prompt schon direkt Bilder kreieren. Und wir wollen direkt schon unser erstes Bild hier mit ChatGPT kreieren. Das Besondere hier ist, man muss keinen genauen Prompt eingeben, um sich ein Bild zu erstellen. Es reicht, wenn man eine grobe Idee dafür angibt. Und zwar sage ich jetzt zuerst einmal, ich will ein Bild von einem Hund, der gegen eine Katze kämpft. Und wir schicken das einfach mal direkt ab und man sieht schon direkt, wie ChatGPT arbeitet. Und wir haben hier jetzt direkt schon vier Bilder rausbekommen. Und jetzt können wir jeweils auf die Bilder klicken, um sie uns genauer anzuschauen, wie zum Beispiel hier. Und wir sehen rechts immer den Prompt, mit dem das Bild erstellt wurde. Das ist jetzt nicht der Prompt, den wir selber eingegeben haben. Wir haben ja einfach nur gesagt, wir wollen ein Bild von einem Hund, der gegen eine Katze kämpft. Es ist nämlich so, dass ChatGPT sich selber die Prompts raussucht, um die Bilder zu kreieren. Basierend auf der Idee, die man hier in die Nachricht mit eingegeben hat. Und wir schauen nochmal kurz zu einem zweiten Bild. Der Prompt hier ist zum Beispiel anders als beim ersten. Das heißt, ChatGPT gibt für jedes Beispielbild, was hier in den Vorschlägen kommt, einen eigenen Prompt. Ich finde, es sind schon gute Bilder dabei. Ich finde das relativ gut. Und hier sehen wir auch direkt, mit welchem Prompt das erstellt wurde. Wenn uns der Prompt gefällt und wir das Ganze nochmal probieren wollen, können wir einfach hier auf Copy Prompt gehen. Und den dann nochmal hier in die Nachrichtenzeile einfügen. Man kann sich auch das Bild dann direkt runterladen, wenn es einem am besten gefällt. Wir können den Prompt hier rechts verschwinden lassen. Und wir können uns hier unten durch die vier Bilder durchklicken. Und jetzt ist es so, im Gegensatz zu anderen Tools kann man die Bilder direkt nochmal hier verändern in ChatGPT. Man sieht ja direkt die Bilder, die man hier bekommen hat. Und dann schreibt man einfach einen Verbesserungsvorschlag oder etwas, das man hinzufügen will in ein Bild. Damit die Bilder am Ende besser der eigenen Vorstellung entsprechen. Wenn ich zum Beispiel die ganzen Bilder nochmal im Comic-Stil haben will, gebe ich das einfach hier im Prompt ein. Und schon fängt Dolly 3 wieder an zu arbeiten. Und wie wir direkt schon jetzt sehen, es gibt noch Probleme hier bei Dolly 3. Und zwar ist die Version ja offiziell noch nicht in ChatGPT verfügbar. Das hier ist nur eine frühe Version. Und wir bekommen hier direkt den Hinweis, dass es nicht bei jedem Bild funktioniert hat, aber bei einem Bild. Und zwar wollten wir das Ganze ja im Comic-Stil haben. Und wir haben jetzt unser zweites Bild hier, was wir vorher hatten, direkt nochmal im Comic-Stil bekommen. Das Ganze hat geklappt, bei den anderen drei Bildern jedoch noch nicht. Und wenn wir jetzt nochmal die ersten vier Bilder anschauen, dann sehen wir, die sehen nicht ähnlich aus. Bei denen ist der Stil jeweils ein bisschen anders. Zum Beispiel beim Mid-Journey ist es ja so, dass die Bilder am Ende alle den gleichen Stil haben. Oder zumindest den ähnlichen Stil. Aber bei Dolly 3 hier in ChatGPT ist das anders. Und warum das so ist, das zeige ich euch jetzt. Ich habe vorhin schon einmal gefragt, welche Anweisungen ChatGPT bekommen hat, um Prompts für Dolly 3 Bilder zu erstellen. Und hier war ChatGPT erfreulicherweise sehr transparent. Und zwar soll ChatGPT keine Bilder von Politikern und anderen öffentlichen Personen erstellen. ChatGPT soll auch keine Künstler referieren. Es sollen nicht mehr als vier Bilder generiert werden. Wahrscheinlich wegen der Rechenleistung, die dafür aufgewendet werden muss. Die Bildart soll immer am Anfang stehen. Es sollen diversifizierte Bilder dargestellt werden. Es sollen keine spezifischen Identitäten preisgegeben werden. Und die Bilder sollen detailliert und konkret beschrieben werden. Und beleidigende Bilder sollen nicht erstellt werden. Und das Ganze ist relativ streng, deutlich strenger als beim Bing-Image-Creator. Und zwar, wenn ich jetzt hier schreibe, gib mir ein Bild von Darth Vader als DJ. Wenn ich das bei Bing-Image-Creator eingeben würde und damit Dolly 3 benutzen würde, würde das gar kein Problem sein. Hier ist es aber so, wenn ich das Ganze eingebe, werden zwar die Prompts von ChatGPT noch kreiert, aber dann wird auf die Content-Policy verwiesen. Und ChatGPT weigert sich sozusagen, diese Bilder zu generieren. Das Ganze ist schon ein bisschen schade, muss ich sagen. Weil wenn man das Ganze jetzt einfach mit Bing-Image-Creator macht, statt mit ChatGPT, ist das zumindest momentan noch gar kein Problem. Aber hier in ChatGPT scheint es stärkere Content-Policies zu geben. Ob sich das Ganze noch in Zukunft ändert, ist schwer zu sagen, aber momentan geht das zumindest bei meiner Version hier noch nicht. Aber ich zeige auch einen kurzen Trick, wie man das umgehen kann. Und zwar habe ich jetzt einfach nur geschrieben, ich will ein Bild von einem Roboter, der so aussieht wie Darth Vader. Also nicht direkt Darth Vader. Und unter diesen Umständen, warum auch immer, schafft es Dolly 3 hier in ChatGPT, ein Bild von Darth Vader auszugeben. Und auch das ist ziemlich cool geworden, finde ich. Und wir sehen hier nochmal den Prompt, Vader-Like. Das geht anscheinend schon bei ChatGPT durch. Warum auch immer. Wir haben jetzt wenig über die Bilder bisher gesprochen, aber ich finde die bisher auch ziemlich gut. Wir werden noch ein paar weitere erstellen. Und eine ganz wichtige Sache, die man mit ChatGPT machen kann, die man jetzt im Bing-Image-Creator nicht machen kann, das ist das Aspect-Ratio zu verändern. Die Bilder werden zwar hier immer im 16 zu 9 Format ausgegeben, aber Dolly 3 kann in ChatGPT auch andere Aspect-Ratios ausgeben. Und zwar habe ich jetzt nach Bildern für einen entsprechenden Schlüssel gefragt und ich will das Ganze im 1 zu 1 Format haben. Und das Ganze wird dann von Dolly 3 in ChatGPT auch so umgesetzt. Die Bilder sind jetzt im 1 zu 1 Ratio, also quadratisch. Und auch hier sind die Bilder wieder ziemlich gut geworden. Das zum Beispiel finde ich sehr, sehr cool. Und wie wir vorhin gesehen haben, es sollen immer große Variationen in den Bildern enthalten sein, wie von OpenAI vorgegeben wurde. Und wenn wir uns das anschauen, ist es auf jeden Fall hier der Fall. Gucken wir uns mal hier die vier Bilder an, die Stile sind komplett unterschiedlich und das finde ich auf jeden Fall eigentlich ganz gut. Und Dolly 3 kann in ChatGPT auch Bilder im 9 zu 16 Format erstellen, also im Hochformat. Wie wir hier sehen, sind das Bilder mit dem Aspect-Ratio 9 zu 16 und zwar von einem Bow-and-Arrow-Shooter, also jemandem, der mit Pfeil und Bogen schießt. Und auch hier sind die Fotos wieder sehr unterschiedlich, aber alle ziemlich gut vom Ergebnis her, würde ich sagen. Eine weitere coole Sache, die ich noch rausgefunden habe, man kann hier auch Bilder kreieren, wenn man nur eine Stimmung vorgibt. Und zwar schreibe ich jetzt einfach mal, ich hatte heute einen harten Tag, gib mir lustige Bilder, die mich aufmuntern. Und auch hier kann ChatGPT weiterhelfen und gibt uns vier ganz verschiedene Bilder aus, die lustig sein sollen und uns aufmuttern sollen. Und ich finde, die Bilder sind eigentlich alle ziemlich gut. Hier ein paar süße Katzen, wir sehen rechts wieder bei jedem Bild den Prompt. Hier Pinguine, Need for Speed, ein Faultier, auch ein gutes Beispiel. Und hier sehen wir, dass Text auch in ChatGPT für Dolly 3 kein Problem ist. Dazu machen wir aber gleich auch nochmal ein Beispiel. Kommen wir jetzt zu, finde ich, dem spannendsten Anwendungsbereich. Und zwar kann man mit Dolly 3 in ChatGPT konsistente Charaktere erstellen. Das heißt, wenn man jetzt einen Bild mit einer Person oder sowas kreiert hat, kann man diese Person noch in weiteren Szenen darstellen, sodass das Ganze auch eine Abfolge von verschiedenen Bildern sein kann, die man dann für verschiedene Sachen gebrauchen kann. Wir wollen jetzt hier mal ein Beispiel ausprobieren, indem wir einen kurzen Comic zeichnen. Und zwar habe ich jetzt geschrieben, ich will einen Comic kreieren. Hilf mir dabei, die Charaktere konsistent zu halten, damit sie sich im Laufe des Comics vom Stil her nicht verändern. Szene 1, Hund trifft auf Katze und Hund sagt Hallo. Und hier kommen wir auch wieder dazu, dass Text in die Bilder integriert wird und das funktioniert auch in ChatGPT hier sehr gut. Wir schicken mal den Prompt ab. Und das hat schon mal sehr gut funktioniert. Wir sehen hier im Comic Stil ein Hund, der Hallo zu einer Katze sagt. Jetzt erstellen wir einfach mal die zweite Szene. Jetzt fragt die Katze den Hund, wer bist du? Der Text und so sieht alles ziemlich gut aus. Auch der Hund ist ziemlich ähnlich wie im ersten Bild und auch der allgemeine Stil. Jedoch hat die Katze jetzt ein bisschen eine andere Fellfarbe als im ersten Bild. Also es ist auch noch nicht perfekt, aber trotzdem ist der Stil auf jeden Fall ähnlich. Und ich denke, das wird in der Zukunft auch nur besser. Aber man sieht vor allem an diesem Halsband von der Katze, dass der Stil zumindest versucht wurde beizubehalten. Und ich glaube, in der Zukunft könnte das Ganze nochmal sehr viel besser werden. Und man könnte das Ganze jetzt einfach so weiterführen und dann sich so eine Geschichte aufbauen. Und dann hat man mit sehr wenig Aufwand einen wirklich coolen Comic am Ende erstellt. Aber wie gesagt, das Ganze ist noch nicht perfekt. Die Charaktere sind noch nicht wirklich zu 100% konsistent. Aber das ist ja noch nicht wirklich die echte Version, die in ChatGPT integriert wird. Das ist nur die Alpha-Version. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann noch deutlich besser wird. Und ich werde natürlich dann auch ein Update machen, wenn das besser funktioniert. Auch mit One-Word-Prompts, wie hier zum Beispiel einfach nur Technologie, kann Dolly 3 einiges anfangen. Und da werden dann auch wieder Prompts von ChatGPT kreiert, die dann solche Bilder hier erstellen können. Und auch wieder ein sehr cooles Bild. Dafür kann man Dolly 3 nach wie vor sehr gut nutzen. Sei es im Bing Image Creator oder hier in ChatGPT. Und das war soweit erstmal mein erster Eindruck für Dolly 3 Bilder in ChatGPT. Also man kann wirklich sehr coole Sachen hier machen. Man kann die Aspect Ratios ändern, was man bei Bing Image Creator nicht machen kann. Man kann einfach nur eine Idee eingeben und dann kommen dazu Bilder raus. Die Stile von den Bildern, die hier rauskommen, sind sehr verschieden. Mit Copyright ist OpenAI sehr streng. Also bekannte Marken oder bekannte Personen kommen hier momentan zumindest noch nicht raus, wenn man das Ganze in den Prompt eingibt. Außer man umschreibt das ein bisschen, wie wir das hier gemacht haben. Aber ansonsten sind die Bilder nach wie vor sehr, sehr gut. Ich kann nur empfehlen, Dolly 3 mal auszuprobieren. Und wenn du noch mehr Anwendungsmöglichkeiten sehen willst, wie man Dolly 3 genau nutzen kann und auch wie man berühmte Personen in Bilder einbauen kann, dann empfehle ich dir mein Dolly 3 Video zum Bing Image Creator. Da ist das Ganze nochmal deutlich unzensierter und man kann Bilder mit bekannten Personen erstellen, bekannten Marken und so weiter, zumindest momentan noch. Und da zeige ich dir auch noch ganz viele andere Sachen, die du mit Dolly 3 machen kannst, die wirklich beeindruckend sind. Ich hoffe, dir das Video hier zu Dolly 3 in ChatGPT gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!